Arbeitsluft schnuppern, Erfahrungen in einem Betrieb sammeln und Infos aus erster Hand von Azubis bekommen. Das alles und noch mehr können die Schüler der Realschule Rheinmünster durch die Initiative Wirtschaft macht Schule der IHK Karlsruhe in Anspruch nehmen. Als Kooperationspartner hat die Realschule die Sparkasse Bühl gewinnen können. Also ich denke, es ist einer der wichtigsten Punkte in der Schule, sich zu engagieren in dem Bereich, weil die Schüler ja alle, und das wollen wir ja eigentlich auch, später mal in den Beruf gehen. Und je früher sie die Anforderungen, die Bedingungen der Wirtschaft kennenlernen, umso besser. Wie die Kooperation umgesetzt werden soll, haben alle Beteiligten im Vorfeld abgesprochen. Mit der Unterschrift unter den Vertrag beginnt nun die Zusammenarbeit offiziell. Was wir schon sehr lange machen, sind zum einen Praktika. Wir haben ungefähr 30 Schüler jedes Jahr, die bei uns ein Praktika machen. Dann ist es das Thema Bewerbungsworkshop, dass sich die jungen Leute auch entsprechend präsentieren können. Und was wir in der Schule machen, sind auch Informationen über wirtschaftliche Zusammenhänge, über Finanzen allgemein. Ja, ein Beispiel, zum Beispiel Schuldenfalle Handy, immer nur auf Pump gekauft, wird auf Dauer sicherlich nicht sehr erfolgreich sein. Also insoweit auch für die jungen Leute Angebote, wirtschaftliche Zusammenhänge kennenzulernen. Mit der Sparkasse Bühl haben die Realschüler also einen tollen Kooperationspartner, um sich auf ihr Berufsleben vorzubereiten. Der Bürgermeister der Gemeinde Rhein-Münster unterstützt dieses Projekt gerne und erhofft sich auch einiges. Dass die Wirtschaft Einfluss nimmt, Einfluss auf die Ausgestaltung des Lehrplanes, dass hier sehr nah an der Praxis unterrichtet wird. Also das, was später die jungen Leute im Berufsleben brauchen, dass sie darauf vorbereitet werden. Mit dem Projekt Wirtschaft macht Schule der IHK Karlsruhe werden all diese Punkte bestens erfüllt und die Schüler auf ihr Berufsleben vorbereitet.